Vielleicht verliere ich alles und ich habe nicht gedacht, dass ich nach Europa kommen kann, weil es war eine schwierige Reise, als ich von Syrien nach Ägypten und von Ägypten nach Italien gefahren bin. Die aus unterschiedlichen Kulturen stammen und da ist es natürlich wichtig, diese Perspektivenvielfalt mit in unsere Teams auch einzuarbeiten, damit wir auch Kundenbedürfnisse verstehen.